so meine Freunde willkommen zurück zu Super Castlevania 4 ich guck das ist jetzt irgendwie hier läuft mit äh gut ich hab mir jetzt mal so ein ähhhhh mein Handy benutzt ich gerade damit das jetzt Uhr fungiert mit Countdown ich hab das jetzt so weit funktioniert und durch die jetzt gar nicht hinspielen lief alles fertig gut ach so ja was ist das irgendwie beknackt da nicht mehr den Feuerbäck naja kann alles gut laufen h h h h h stürmer er tot und mit dem Geld der Spinn Genset auf die Kratzerin doch nicht zu nehmen er wird er hat noch einen Punkt das muss ich auch an die Steuerung gewöhnen okay schau ich mal durchsetzen aus auch in Stacheln er hat Stacheln töten im Kessel der Instant Soweit solchen um ihn springen Kumpel er ist sicher spieler müssen heute brichter ist gewöhnt nur einmal getestet dieser Tastaturspieler was er her so gut wo es ein bisschen Gräden hier ja das ist sicherlich geht es wieder aus war und es hat vor allem knapp wird nachher ein bisschen und stoffe mal ein bisschen seiten zu erkunden ich will später schon sterben ja ja wo auch knapp cooles zweizeitigen war zum Wies was aber durch die man man durch die hessigen gestalten und wir sind schon nicht abstellt die geschehen das ist bei dem handy funktioniert schon getestet es ist ein bisschen der heilige Stieger soll vorsichtig meine Güte ich bin viel zu schlecht wie dieses spiel was tue ich mir damit an ja super ich hätte nun bei irgendwelchen rahmen getötet das haben wir uns geschaut durch einen haben das wäre eine coole Schlagzeilen ich stirb ich habe mich noch immer hintergekommen weil das ist ja noch dieselbe aufnahme von daher auch das war der sinn der sache das heißt ob wir müssen kurz naja mich unterfallen kommen will wo auch ein killer vor stefan ist dumm das war knapp sogar ich muss noch ein bisschen aufpassen und vor allem ich sterbe schon gleich ich stirb das ist das ist es hätte ich hätte kaufen ach so das wäre schon größten in sind Tötungssache nein ich möchte das nicht und so Wow! Ich... Nein. Wow! Show! Es ist schon... Es ist nicht ganz so einfach... Oh, Essen! Sehr gut! Ich bin zu Kräften gekommen. Ich hab's immer noch nie gespielt, so... Deswegen... wär's auch ein bisschen schlecht, muss ich zugeben. Wow! meine Güte hax noch so müssen aufpassen springen ja dass die zweite Versorgung ist scheiße nein ich habe das Leben bekommen bei 20.000 Punkten das hat man diesen Bling gehört ok ich bin ein bisschen geschwächt ein bisschen arg geschwächt wow und das war schon wieder die Sprung-Taste ich erweckse mal die Knöpfe ich muss da unbedingt noch gucken ob ich mich da so beibehalten will der Boss schon oh sehr gut funktioniert hervorragend ja quatsch nein wow das war seltsam aber der Boss war ja nicht gerade eine Aushaltung es geht weiter oh ich verstehe inzwischen boah hey lass mich nur man wow wie fies ah und ich hab was halten soll jedes Mal zwei das heißt es kann ich äh dafür zweimal auf dem Screen werfen das heißt während die eine Waffe noch auf dem Screen war konnte ich eine zweite werfen das ist dann mit diesem Item möglich ah oh man die Deutsche sind echt selbst ich hab schon kein klar was hier heißen wow oh mein ich mega Dämon der Vernichtung ich muss mir gut mein Leben aufheben ey ein bisschen vorstiger spielen ah stirb aber es macht mir Spaß muss ich zugeben ah sehr gut stirb man zack schlitz bisschen Punkte kassieren um den Aufpunkten arbeiten Mann Sprung und hoch Sprung und hoch doch es ist sehr gut gut nicht Dienstag äh äh aber nicht die Grafik auch sehr gut vom Spiel das Gameplay ist auch hervorragend sehr gerne in sich besser naja was weiß hat hat man nicht so ist extra kassiert extra money alles hat seine Wichtigkeit obwohl ich habe die Zeit noch ein Leben gut boah das ist erst mal die Zeit Mann was ist zuhörer was mit der Zeit los Mann danke ich muss ein bisschen sporten oh Gott oh Gott oh Gott noch 71 Sekunden ach das war es schon Eureka ja oh ich hab den Counter ein bisschen falsch eingestellt ich hab ihn auf Opa oh das heißt wir haben erst 8 Minuten ungefähr voll ich hoffe du wirst über Prüfers noch mal kurz dann haben wir ungefähr 8 Minuten ja 830 ähm dann lass ich mal kurz ein Save State ja fein mich nicht davon kommt und boah ich hab 6 Leben cool nein 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 womit spring ich denn jetzt da ah genau oh nö Freunde ach nö ich war jetzt jetzt einfach so bei komm wir wollen jetzt nicht mehr sehr sehr confusing machen auch wenn das jetzt gar nicht scheiße war ach ach ja wir haben jetzt Tastatur spielen sag mal ich hab schon mal bessere Ideen und tot das ich habe jetzt habe ich gestorben ebenso nicht echt ver es geht es es stört man ach Gott es ist ein scheiß egal ich habe die Voraussetzung aber mein ganzes Herz weg nachher mit das ist gut ich möchte es noch ein paar ich hoffe es ist noch ein paar Punkte das ist gut schön vorsichtig und stört und stört und stört und stört gerichtet das macht sie einfach und das hat sich verdächtig jetzt hat man dahin auch wie es 1 ich habe die Feuerwehrchen der vernünftigen Mann ich komme hoch na toll oh spring doch hallo sag mal oh das funktioniert aber auch nicht gut meine Güte das stört boah meine Fresse ich fühle mich ja bescheiden gerade mit der Steuerung muss ich mich wahrscheinlich schon mal ran setzen iha egal lass uns weiter gehen und vor allem wäre was zu essen dann ganz cool nein 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 gib mir die Punkte gib mir die Punkte ich habe bei Deutschland keine Punkte bekommen schade das hätte ich gerne auf Items rein lassen können höpper wow knapp viermal schnell töten oh ja so nebenbei wow das ist dann in der Versicherung ähm schön feuchtig Gott die machen etwa arg schaden oder töten sofort hier ja kässe weniger und kreis zu der Reise also die Reise auf jeden Fall hatten guten Schwierigkeiten das auch von vorweg sagen aber ich muss das jetzt irgendwie mit Gamepad zu spielen ich habe wahrscheinlich schon Gamepad anschaffen müssen dann gestört so aber er hat noch sehr viel Zeit 540 540 und das richtig das Gebiet ist sehr seltsam was ich sagen darf ich habe ich habe wieder Anruf gedrückt super mit mir wenn du mein Leben in Dauer akkord ganz geil super hier ein ähnlich schön aus dem ersten 2 der wir die man sieht aber alle vertreten super ich muss mich nicht daran gewöhnen und sich komplett sterben naja dann bleibt einfach mal neu aber ich verließe so wie ihr Leben es wird dann mal vernichten meine Güte und so und jetzt habt ihr die wunderschöne Peiche das war schon zwei Lebensverkacken denn ich wäre es mir lieber wenn ich schlagen würde oh knapp ey ich hätte das nicht gedacht dass er zu anfangen sollen ohne Scheiß stopp wow wow das hört jetzt immer aus mal kurz mal Aktion kannst du bitte angreifen danke ich aufmerkstet mir die Tasten nicht dann muss ich mich mal rechts dran setzen und bevor ihr fragt ich komme gerade hier frisch aus Kerbys Funpack beziehungsweise habe es gerade frisch aufgenommen von daher ich meine dann auch gerade ein bisschen wow bescheiden weil es ja so doof geklappt hat sterben überhaupt schaut nicht so aus na super Alter du kannst übertreiben mit solchen E-Kappen stellen ich habe mann gesehen mit vorn mit 1,2 ein Leben Mann nur nicht sterben das ist die Devise Alter Hacks ich habe angriffen und vor allem ich sterbe gleich fehlt mir nicht Mann wow Ego auf Du wird mich am helfen vor allem kann ich mal was zu essen finden das wäre echt praktisch wow stopp Uhr na ob ihr das so hilft mal sehen so ne und ich an sein Herz habe ich nur wirklich nicht ich hab 35 vollends oh der absteht aber auch echt lang die Zeit habe ich ihn schon waaah ah so soll ich vielleicht ähm 14 Minuten habe ich schon voll meine Freunde müsste es schon gewesen sein ähm und damit ja ich weiß ich bin noch ein bisschen dumm anstelle ich hoffe dass das soweit funktioniert äh joa damit würde ich sagen bis dann meine Freunde ciao